Ich liebe Gold! So, heute haben wir einen speziellen Vodka, der hat einen vom Herrn Magelisch gehört bekommen, also vom Magelisch Junior. Das ist der Swiss Gold Vodka, also der hat das richtige Goldstuch drin. Hier in der Mitte ist das Matterhorn und dazu hat er mir noch das passende Glas gegeben. Das ist auch sehr interessant, das ist dann nämlich die Höhe des Matterhorns, als Deziliterangabe 1,620, da hat man dann ein charakterisches Matterhorn getreiftet. Beat Life Matters Warming. Ja, Because Matter, äh, Because Horn Matters. Warming. Das heißt, Because Speed Matters, das war der Spruch von Petspi, das ist eine lange Geschichte, das steht direkt vor uns. Ähm, jetzt, äh, wir entwechseln auf den Ralf, der den Schiff ja fertig gemacht hat, wir müssen uns schauen, oder Ralf? Ja. Wie geht's? Wunderbar. Erzähl mal, wie machst du das jetzt schon immer? Röste gibt's nicht, gehen wir nicht auf die Zeitprobleme, jetzt machen wir, die Spezial-Herdöpfel. Ja. Was ist denn an denen so ein Spezial-Herdöpfel? Was ist denn so? Was ist denn so ein Spezial-Herdöpfel? Was ist denn so ein Spezial-Herdöpfel? Du kannst sie nicht schälen? Du kannst sie nicht schälen. Du kannst sie nicht schälen. Nein. Nein. Der hat aber, der hat aber, der mit den Michel Reustart, der hat immer gesagt, der vom, ähm, der hat sich irgendwo gesagt. Irgendwo gesagt. Genau, darum bin ich nicht ganz krank. Ah. Ah, das ist wie früher, da hat nämlich die Bauernkind in der Süme-Stelle und man hat immer die richtige Portion Dreck bekommen als Fynn. Ja, nach dem Herdöpfel haben wir Finger abklebt. Ja, das ist ja recht so. Ja, das ist ja recht so. Ja, das gibt's ja. Also, Daniel, will wir uns nicht zustimmen? Das ist ja gleich, oder? Ja. In der Kochshow gibt's ja immer und gibt's ja jetzt weiss, oder? Ja, genau. Ja. Ganz falsch. Ah, ja. Darf ich jetzt mal mischen, wenn du das spürst? Ja, aber Daniel... Ah, ja. Stimmt. Ich habe doch niemand gehört. Nein, nein. Ich habe den Kochsendungen sehr geschätzt. Vor allem, ihr habt so viele Sendungen gebracht. Wie viele? So ungefähr... Etwa 300. 300 Sendungen. Also das hat wahrscheinlich... Stefan der beste Kameramann. Ja, der beste Kameramann, Bruno. Und ähm, das hat nicht mal der Boom immer so viele Sendungen geschafft, der hat vielleicht 50 Sendungen geschafft. Also das ist, äh... Das ist wirklich ein... äh... höchste... Hochakt. Ein Hoch auf Schafasa-Fernsehen. Ja, aber natürlich. Selibabic. Da ist dann die zweite Pfanne noch. Die zweite Pfanne? Ja. Also das ist auch interessant. Ja. Und die zweite unterscheidet man halt zwischen Top und Pfanne. Ja. In der Schweiz sagen die aber zu dem Pfanne und zu dem Brotpfanne, oder? Ja. Pfanne ist da da. Das ist Brotpfanne. Aber wieso ist denn da eine Pfanne? Das ist ja ein Topf. Ja. Es war Topf irgendwie auch. Aber es ist in Deutschland, oder? Das Hochbuch hat ja geheißen Tipptopf, nicht Tipppfanne. Also wir denken ja, in Deutschland heisst, es gibt für dich auch Knetörnchen. Nein. Es heisst Törnchen, oder was? Knetörnchen. Ja, Knetörnchen. Ja, aber Croissant. Croissant. Croissant ist französisch. Ja, ja. Oder bei uns digitaler, das ist auch sehr interessant, äh... Ja. Die Deutschen wollen ja gerne informational sein. Ja. Ja. Das war ja früher noch mal. Ja, das ist ja die. Ja. Früher hat es mal gesagt, wenn sich auch jedes Klima gewöhnt, wenn es zusammen rauskommt. Das ist, glaube ich, Casablanca. Was denn? Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ja, okay. Jetzt wird man ja voll immer so kurz angeschaut. Nein, ich kann es schnell erklären. Die Deutschen benutzen die französischen in der Sache auch. Aber innen ist es zum Beispiel Marcel und in der Schweiz ist es Marcel. Oder Pascal und in der Schweiz Pascal. Alle Schweizer tun einfach alles immer auf der ersten Seite für den Ton. Was eigentlich, aber nicht ganz richtig ist, zum Beispiel Schmine. Wieso sagen die Schmine? Die Deutschen sagen Chemine. Die Franzosen sagen wahrscheinlich ein bisschen frisch. Ja. In der Schweiz heißt auch Angela und nicht Angela. Ja, was ist doch die Angela? Angela? Sag mal. Angelina, du weisst... Vor allem heisst es heute Olaf Scholz und nicht Angela. Ja, zurück, aber er hat eine schönere Frisur. Das stimmt. Ja, aber die schönste Frisur hat aber... Er hat auch keinen. Du? Doch. Nein. Das ist unser Lieblingsgast. Der Eliel. Eliel ist unser Lieblingsgast. Der hat davor gesagt, weisst du was es heute gibt? Und er sagt, mit Fleisch. Das stimmt. Das stimmt. Der Kaffeehrer, der Zahnärzt. Ja, das ist jetzt aber gemacht. In Deutschland hatten wir den Führer, jetzt haben wir im Tabakoseck den Fährführer. Ja. 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 Ja, ja. Jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht zu stark verabreden. Aber... Der Führer. Der Führer? Der Führer? Der Führer. Der Führer. Ja. Ja, jetzt sind wir fertig. Und dann, ich tue mir noch und ja, wir werden fertig. Es wird so lange wie das letzte Mal schon 12 Minuten gemacht. Und tschüss. Ja. Ja.